So, hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Simon the Sorcerer. In der letzten Folge ist Simon auch wirklich ein Sorcerer geworden, denn wir sind jetzt Mitglied bei den Zauberern bzw. bei den Junior-Zauberern bei Whiskit. Ich schau mir mal das Mäppchen genauer an. Das ist mein Whiskit-Club-Mäppchen, voll mit nutzlosem Zeug. Kann ich das öffnen? Ich will diesen ganzen Schrott nicht freilassen. Aber da ist doch ein Zauberstab drin. Ich möchte diesen Zauberstab haben. Es gibt eine Sache, die würde ich gerne ausprobieren. Aber ich glaube, das machen wir wann anders. Das machen wir wann anders. Was wir jetzt auf jeden Fall machen können, ist, dass wir nochmal zur Klippe gehen. Die Klippe war hier, richtig? Ja, die war da oben. So, und hier kommen wir an den Lianen hier runter. Wie soll man darauf kommen, Freunde? Sagt mir, wie man darauf kommen soll. Ah! Und hier sehen wir auch ein recht bekanntes Gesicht. Es ist Gollum. Äh, warum? Äh, wo rede mit? Entschuldigung? Ja? Oh, tut uns nicht weh. Es soll uns nicht weh tun, Schatz. Niedliche Hobbys. Warum? Ich hoffe, wir bekommen keine Copyright-Probleme. Ich hoffe, wir bekommen keine Copyright-Probleme. Keine Panik. Es handelt sich hierbei nur um das alljährliche Treffen der Tolkien-Würdigungsgemeinschaft. Ach so. Na, wenn's sonst nix wäre. Und wo ist der Rest? Und wo bitte ist der Rest? In dieser Höhle. Viel Spaß dabei. Heuer ist es meine Aufgabe, Essen zu besorgen. Ich hatte seit einer Stunde nichts zu knabbern. Oh nein. Wo ist denn hier eine Höhle? Äh. Zum Glück hab ich nahehafte Sumpfsuppe in 1A-Qualität bei mir. Warum bestellt ihr nicht einfach eine Pizza? Verrückt. Ihr seid alle verrückt. Glückliches Jahr. Warum bestellt ihr nicht einfach eine Pizza? In dieser Höhle gibt's kein Telefon. Aha. Das ist natürlich ärgerlich. Was macht ihr denn bei eurem Treffen? Und was macht ihr auf euren Treffen? Wir diskutieren über ihn und seine Werke. Außerdem spielen wir seine besten Stücke nach. Und deswegen das Kostüm. Verrückt. Ihr seid alle total verrückt. Nein. Wir ehren nur Tolkien. Entschuldige mich, aber ich muss zurück zum Fischen. Äh. Ich hab hier aber eine leckere Suppe für dich. Zum Glück habe ich eine sehr nahrhafte Sumpfsuppe in 1A-Qualität bei mir. Wirklich? Das ist ausgezeichnet. Na, wohl bekommst. Würdest du 40 Personen reichen? Es ist konzentriert. Jetzt nur noch heißes Wasser dazu und umrühren. Vielen herzlichen Dank. Dafür kannst du diese Angelroute haben. Danke. Ich gehe und helfe den anderen beim Ringsuchen. Welcher Ring? Der Ring. Ich könnte schwören, dass ich ihn gehabt habe, als ich mit dem Fischen begann. Ja. Der Ring. Kann ich bitte... Okay, dann angel du erstmal. Kann ich bitte in die Höhle? Ich will die anderen auch sehen. Nix. Müll. Dose. Schuhe. Bernsteinzimmer. Irgendwann später. Nice. Ach, guck mal. Ich frage mich, ob das wirklich funktioniert. Grund, gütiger Himmel. Es klappt. Ich ziehe ihn besser aus, bevor er verbraucht ist. Er verpixelt mich. Kann ich... Da, Höhle. Guck mal. Kann ich da nicht rein? Bitte lass mich rein. Da gehe ich nicht rein. Meine Mami hat mir verboten, mit Fremden zu feiern. Ah, dann halt... Ich möchte... Ich möchte die aber sehen. Dann halt nicht. So, mit dem Ringen können wir jetzt auf jeden Fall... wieder in die Stadt. Einmal mit der Schnellreisekarte... ins Dorf. Und hier ist jetzt eine Kiste. Das sind die ganzen Sachen, die wir ja bestellt hatten. Das ist eine Kiste mit Lebensmitteln für die Kobolde. Ja, wir hatten ja die Einkaufsliste. Können wir die öffnen? Wir können sie nicht nur öffnen. Es ist dunkel hier drinnen. Wir können auch rein. Zum Glück bin ich so klein. Ich möchte wissen, wann wir ankommen. Ich ziehe besser den Ring an. Gut, irgendwas ist hier nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Warte mal kurz. Oh, ich hatte ihn verkehrt herum auf. Ähm, kann ich jetzt... Ähm... Ah! Okay, wir haben ganz viele Schachteln. Oh, da war... Moment, da war gerade irgendwas. Nimm... Nimm... Da. Moment. Rattenkno... Da. Rattenknochen. Dann nehmen wir mal den Rattenknochen mit. Ähm... Schauen wir jetzt mal... Ein Haufen leerer Pappschachteln. Da ist mein Zauberbuch drin. Da ist das Zauberbuch. Da nehmen wir das Zauberbuch. Wo ist es? Postkarte, bla bla, müsste ganz oben sein, ne? Da das Zauberbuch. Jetzt hab ich endlich mein Zauberbuch wieder. Da ist ein loses Stück Papier. Ah, das ist doch das Zauberbuch von ganz vom Anfang aus dem Intro, oder? Auf jeden Fall können wir jetzt... Damit... Äh... Es ist über und über mit Symbolen versehen. Anscheinend wollte jemand mein Zauberbuch benutzen. Wir können das Papier mit der Tür benutzen. Also unter der Tür durchschieben. Und dann mit dem Rattenknochen im Schloss rumspielen. Und wenn wir jetzt das Papier wieder nehmen... Müsste da ja der Schlüssel drauf liegen. Wunderbar. Ein Goblinschlüssel aus zwei Zähnen und einem Stift. Ich... Ich dachte schon... Ich war grad so verwirrt, aber... Das am Schlüsselbart nennt man ja auch Zähne. Von daher... Äh... Natürlich. Hallo? Öff... Öffne... Tür. Danke. So, an dem können wir uns jetzt ein bisschen vorbeisneaken. Kann ich den einmal mitnehmen? Ja, kann ich. Hat der grad... Der frisst... Ih, der hat grad seinen Popel gefressen. Okay, an dem... Komm ich nicht vorbei. Ah, wir kommen nach unten. Oh, wen haben wir denn da? Den Druiden? Eine eiserne Jungfrau. Scharfe Sachen. Heiße Sachen. Ah, hier ist das Doppelportal. Und Pfefferminzbonbons. Okay. Äh... Die nehm ich mal mit. Hab ich hier... Ah, doch. Brandeisen. Ah, voll die Foltermethoden hier. Meine Mami sagte, fasse nie scharfe Sachen an. Okay. Ja, da hat deine Mami schon recht. Kann ich die eiserne Jungfrau aufmachen? Die Frage ist, will ich die eiserne Jungfrau aufmachen? Tatsächlich kann ich die eiserne Jungfrau... Äh... Äh... Aufmachen. Kann ich mit dir sprechen, Herr Druidenmann? Bist du der Druide aus der Stadt? Wer bist du, dass du Stimme, aber keinen Körper hast? Äh, ich habe meinen Körper zu Hause vergessen. Ich stehe hinter dir. Ich trage einen Ring, der mich unsichtbar macht. Sei still, ich bin gekommen, um dich zu befreien. Sei still. Ich bin gekommen, um dich zu befreien. Mach keine Witze. Ja, ich bin der Stadt-Druide. Und du stehst in Verbindung mit den Mächten der Finsternis. Äh... Ich bin nicht... Äh... Wenn du Druide bist, wo ist deine Sichel? Äh... Oh Himmel, ich bin entdeckt. Wie kommst du darauf? Wie kommst du darauf? Ich kann deine Unnatürlichkeit fast riechen. Es stinkt. Verschwinde, Prinz der Dunkelheit. Moment, lass uns einen Augenblick vernünftig sein. Moment. Lass uns einen Augenblick vernünftig sein. Ich höre mir keine weiteren Lügen von dir an. Verschwinde jetzt oder... Trage die Konsequenzen. Äh... Ich glaube nicht, dass ein Mann in deiner Lage jemandem drohen kann. Über welche Konsequenzen... Ich glaube nicht, dass ein Mann in deiner Lage jemandem drohen kann. Deine Folter kann mich nicht verletzen, falscher Dämon. Tut mir leid, dass ich was gesagt habe, okay? Tschüss. Kann ich... Der eine Ring mit seltsamen Symbolen drauf. Kann ich... Den... Entfernen. Entferne... Ring. Okay, und jetzt kann ich mit dem Druiden reden, oder? Rede mit Druiden. Meine Augen scheinen zu versagen. Oder ist das tatsächlich ein Kind? Ja, ich bin's. Du weißt, der Fürst der Dunkelheit. Ich habe doch gesagt, dass ich nicht grausam bin. Du bist seit unserem letzten Treffen gewachsen. Ich bin kein Junge, ich bin Meister der Magie. Okay. Ja, ich bin's. Du weißt, der Fürst der Dunkelheit. Ha! Du wirst mich nicht täuschen mit deiner Maske. Aber der Fürst der Dunkelheit ist doch Ossi Osborn. Sieh her, okay? Ich bin kein Dämon. Verstanden? Es gibt einen einfachen Test. Was ist dieser einfache Test? Es ist eine bekannte Tatsache, dass die einzige Waffe, die einen Dämon zerstört, ein Silberdolch in seinem Herzen ist. Wenn das Opfer dabei stirbt, dann war es ein Dämon. Lebt sein Herz jedoch und ist es rein, so kann es geopfert werden. Bestimmt findest du auf diese Weise viele Dämonen. In der Tat, es hat bisher immer geklappt. Das Problem ist, dass es halt wirklich so mittelalterlogisch war. Wir versenken eine Frau im See mit Gewichten und entweder sie überlebt, dann ist es eine Hexe und wir können sie töten oder sie ertrinkt, dann war es keine Hexe. Das ist unfassbar. Himmel, ich habe meinen Silberdolch vergessen. Gibt es nicht eine etwas mildere Methode? Aha! Hat die Kreatur der Nacht etwa Angst? Hättest du das nicht auch, wenn ein verrückter Druide dich aufspießen wollte? Okay. Lass uns lieber den bequemen Weg gehen. Siehst du das Silberkreuz um meinen Hals? Drücke es dir auf die Stirn. Äh, warum sollte das bequemer sein? Warum ist das zuverlässiger? Das wird mir doch nicht wehtun. In Ordnung. Okay, machen wir mal. Lass es uns versuchen. Na gut. Ade, du grausame Welt. Ja. Also bist du ein Diener des Bösen. Kennst du das Gefühl des brennenden Feuers des Guten? Was? Das Ding war eiskalt. Hat mir einen Schock versetzt. Oh. Ich denke, dass ich besser alles zurücknehme. Oh je. Also, wie sieht der Fluchtplan aus? Ach, jetzt. Auf einmal. Ich weiß nicht, irgendwelche Ideen. Ich ziehe einfach meinen Ring an und gehe raus. Ich ziehe einfach meinen Ring an und gehe raus. Was? Und mich hier zurücklassen? Ja, verdient. Äh, ich dachte, du willst... Ja, genau das. Ich dachte, du willst nicht vom Sohn des Bösen befreit werden. Äh. Nur dieses eine Mal. Nein. Keiner wird ohne die Druiden Flower Power befreit werden. Es ist nicht ganz so einfach. Druiden Flower... Ähm. Druiden Magie entstammt der Natur. Alles, was ich ohne Natur tun kann, ist Polymorph. Poly-was? Alle Druiden sind in der Lage, sich in andere Tiere zu verwandeln. Es passiert, wenn sie einen Vollmond erblicken. Äh. Das heißt, du bist ein Werwolf? In welches T kann sie dich verwandeln? Und wie soll hier ein Vollmond aufgehen? Und wie soll hier ein Vollmond aufgehen? Es muss nicht unbedingt ein Vollmond sein. Er muss nur wie einer aussehen. Und was bist du? Ein Frosch. Ein Frosch? Stimmt irgendetwas nicht mit Fröschen? Oh. Äh. Nein, nein. Aber... Ein Frosch. Ich kann es nicht ändern. Die Antwort nun kam von oberster Stelle. Nun. Ich bin sicher, dass uns das von Nutzen sein wird. Es... Äh. Es war bestimmt so... Deine oberste Stelle so... Die Tiere werden eingeteilt. Du bist ein Bär. Und du bist ein Löwe. Und du bist ein Wolf. Und du bist ein Frosch. Aber warum ich? Zum Glück ist meine Mütze feuerfest. Äh. Eine Packung extra starker Pfefferminzbonbons. Kann ich? Benutze Brandeis mit Druide. Eine gute Idee. Aber nicht sehr praktisch. Willst du Pfefferminzbonbon? Das geht doch so nicht. Noch irgendwelche Ideen? Äh. Ich arbeite dran. Beeile dich lieber. Die Goblins werden bald zurückkehren. Gut. Wir haben den Eimer. Wir haben Pfefferminzbonbons. Verzehre Pfefferminzbonbons. Mit denen warte ich besser, bis mir so richtig kalt ist. Äh. Benutze Brandeisen mit Pfefferminzbonbons. Benutze Brandeisen mit Eimer. Das geht doch so nicht. Benutze Pfefferminzbonbon mit Eimer. Das geht doch so nicht. Okay. Haben wir hier noch irgendwas? Benutze scharfe Sachen mit Pfefferminzbonbon. Kann ich die vielleicht so in eine Form schneiden? Das geht doch so nicht. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, das Ganze finden wir in der nächsten Folge raus. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben da. Würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu überpassen. Abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Und ciao, ciao. Bis da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.